Hallo zusammen, die aktuell gängige Erklärung für diesen Kryptobärenmarkt lautet ja so ungefähr, dass die US-Notenbank die FED die Leitzinsen erhöht hat, um die Inflation in den USA zu bekämpfen und dadurch fließt jetzt jede Menge Kapital raus aus dem Kryptomarkt. Und woran liegt das, dass das Kapital rausfließt? Das liegt daran, dass US-Staatsanleihen als die absolut sicherste Anlageform der Welt gelten. Immerhin, dass die USA ihre eigenen Staatsanleihen nicht bedienen werden, das glaubt zurzeit niemand. Und auf der anderen Seite hat man dann Krypto. Krypto gilt als die unsicherste, als die riskanteste Anlageform der Welt, sodass also total klar ist, wenn US-Staatsanleihen wieder Erträge bringen, zurzeit bringen US-Staatsanleihen um die 5% Zinsen, dann ist es wesentlich attraktiver, in US-Staatsanleihen zu investieren. Und alle anderen Anlageformen, wie zum Beispiel Staatsanleihen anderer Länder oder Unternehmensanleihen, müssen mit diesen 5% konkurrieren. Krypto kann da eigentlich gar nicht mithalten, denn wenn man mal so eine halbwegs sichere Anlageform im Kryptospace nimmt, wie das Ethereum-Staking, das bringt zurzeit so um die 4%, kann also noch nicht mal mithalten mit US-Staatsanleihen 5% und das bei sinkenden Kryptokursen, sodass also total klar ist, dass sich viele Anleger entscheiden, eher in sichere Anlageformen zu wechseln, als jetzt in Krypto zu investieren. Und was wäre, wenn diese ganze Theorie jetzt einfach mal komplett falsch wäre? Denn Krypto, das ist in erster Linie ja gar kein Anlageprodukt, sondern Krypto ist in erster Linie einmal Infrastruktur. Und Infrastruktur ist es eigentlich egal, ob Kurse rauf oder runter gehen. Infrastruktur ist es auch egal, ob irgendwo Zinsen steigen oder fallen oder seitwärts laufen. Infrastruktur sollte uns einfach nur in die Lage versetzen, ein besseres Produkt rauszubringen als 5% auf US-Staatsanleihen. Und genau ist das macht MakerDAO zurzeit. Und ja, MakerDAO, das ist tatsächlich das Projekt hinter dem uralten Stablecoin DAI. Und der DAI hat zurzeit immerhin eine Marktkapitalisierung von 4 Milliarden US-Dollar. Das heißt auch, dass bei MakerDAO Einlagen im Wert von zurzeit 4 Milliarden US-Dollar liegen. Und MakerDAO investiert einen großen Teil dieser Einlagen in US-Staatsanleihen und zieht sich damit die 5% Zinsen, die zurzeit darauf gezahlt werden und schüttet diese 5% direkt aus an die Investoren von MakerDAO. Und das heißt, die Investoren von MakerDAO freuen sich über jede Zinserhöhung der FED und sind damit quasi so das einzige Projekt im DeFi-Space. Denn alle anderen fürchten jedes Mal die FED-Sitzungen und fiebern mit, ob weitere Zinserhöhungen kommen oder nicht. Und wie auch du dich darüber freuen kannst, dass die US-Notenbank wieder die Leitzinsen erhöht hat, das zeige ich dir in diesem Video, wie du also in MakerDAO investieren kannst. Und gleichzeitig möchte ich in diesem Video auch mal zeigen, wie das Potenzial von Krypto eigentlich wirklich funktioniert. Denn diese 5%, die MakerDAO jetzt von außen in den Crypto-Space reinholt, die also nicht von irgendwelchen anderen Kryptoinvestoren kommen, die quasi verlieren, während MakerDAO gewinnt. Diese 5%, die kann man sogar noch durch geschicktes Kombinieren von DeFi-Projekten und Produkten steigern auf bis zu 10, 11% oder sogar noch höher, wenn weitere Möglichkeiten, Kombinationsmöglichkeiten rauskommen. Es gibt zwei Varianten, wie man von MakerDAO profitieren kann. Die eine ist sehr riskant, bietet aber sehr viel Potenzial. Die andere Variante ist super safe. Es handelt sich um DAI-Einlagen, also Einlagen in Form eines Stablecoins und darauf gibt es 3-5% Rendite. Diese Rendite lässt sich aber noch boosten, indem man jetzt diese Einlage mit anderen Anlageformen im DeFi-Space geschickt kombiniert. Und darum soll es auch in diesem Video gehen. Aber zunächst mal die riskante Variante. Ganz kurz zusammengefasst, es handelt sich um den Maker-Token. Der Maker-Token hat eine sehr, sehr gute Performance hingelegt, ganz im Gegensatz zu fast allen anderen DeFi-Produkten, zu fast allen anderen DeFi-Tokens. Der MakerDAO lag im Mai zum Beispiel noch bei 600 Dollar und ist zurzeit bei 1.126 Dollar, hat sich also fast verdoppelt in den letzten Wochen. Das liegt vor allem an dem Buyback-Programm von MakerDAO. Sie nehmen nämlich die Einnahmen, die sie durch die US-Staatsanleihen haben. Sie nehmen also die 5% auf die circa 1 Milliarde, die sie in US-Staatsanleihen investiert haben. Und diese 5%, die nehmen sie, um quasi Maker-Tokens auf dem freien Markt zurückzukaufen und zu burnen. Das Ganze passiert immer dann, wenn der Überschuss bei MakerDAO über 50 Millionen Dollar liegt. Das sieht man also hier in dieser Spalte. Und dann steht hier rechts oben eben Buyback Resumed. Das heißt also zurzeit finden gerade Rückkäufe statt. Wenn diese Zahl auf unter 50 Millionen Dollar sinkt, dann hören die Buybacks auf. Und dann steht hier oben eben was anderes. Je nachdem, in welcher Marktsituation ihr gerade hier drauf schaut, kann es also sein, dass keine Buybacks stattfinden. Wenn dann keine Buybacks stattfinden, dann merkt man das in der Regel auch am Maker-Preis, am Preis des Maker-Tokens, der nämlich dann tatsächlich auch nach und nach ein bisschen runter geht. Und so ist das Ganze eben auch riskant. Je nachdem, wo man da einsteigt, profitiert man nicht unbedingt direkt von diesen Buyback-Mechanismen. Die Buyback-Mechanismen dagegen kann man sich anschauen, auch konkret anschauen, indem man hier in diesem Menü mal auf Maker-Buyback geht. Und hier sieht man also immer in gelb die einzelnen Buybacks. Hier sieht man dann also, dass regelmäßig für 20.000 DAI Maker-Tokens gekauft werden. Egal wie hoch der Preis ist, also wenn der Preis steigt, dann werden immer noch 20.000 DAI genommen und dafür dann eben entsprechend Maker-Tokens gekauft. Man sieht hier, dass diese Buybacks sehr regelmäßig stattfinden, zum Beispiel hier in diesem Fall vor etwa einer Stunde, dann vor drei Stunden, dann vor fünf Stunden. Also wirklich sehr, sehr häufig am Tag werden hier 20.000 DAI ausgegeben, um quasi Maker-Tokens zurückzukaufen. Das ist also nicht irgendwie so alle zwei Monate mal, sondern es ist wirklich mehrfach am Tag, wo diese Buybacks stattfinden, wenn sie denn stattfinden. Denn es gibt auch Situationen, in denen dann eben dieser System Surplus auf unter 50 Millionen Dollar sinkt und dann hören die Buybacks auf. Normalerweise geht dann eben der Token auch im Kurs runter. Muss man sich also selber überlegen, ob man das Ganze machen möchte oder nicht. Die andere Variante ist dagegen sehr viel sicherer und zwar kann ich hier beim Spark-Protokoll den Stablecoin DAI einlegen. Meine Einlage ist also nicht. Kursschwankungen unterlegen wie beim Maker-Token und hier bekomme ich immerhin zurzeit fünf Prozent Rendite. Das Ganze funktioniert so, dass ich also hier quasi DAI einlege und dann bekomme ich in mein Wallet zurück den Token SDAI in irgendeiner Höhe. Wenn ich hier zum Beispiel 100 DAI einlege, dann bekomme ich so um die 96, 97 SDAI in mein Wallet und diese SDAI kann ich dann später wieder zurücktauschen gegen meine 100 DAI und zusätzlich, wenn ich die zurücktausche, bekomme ich nochmal fünf Prozent Rendite pro Jahr, die ich da drin war. Ich kann jederzeit meine SDAI zurückgeben, aber dann ist natürlich meine Rendite nicht fünf Prozent, sondern nur ein Teil dessen, nämlich entsprechend so lange, wie ich in dem SDAI drin war, wie ich den SDAI behalten habe. Und leider ist es auch so, dass diese fünf Prozent hier nicht konstant bleiben, sondern sie gehen tendenziell eher runter. Denn wenn hier die Gesamteinlagen 1,8 Milliarden DAI überschreiten, dann wird diese Zinsrate hier auf 3,8 Prozent sinken. Der Vorteil von dieser Einlage besteht aber zum einen darin, dass es sehr safe ist, denn ich habe hier einen Stablecoin eingelegt und der zweite Vorteil besteht darin, dass ich den SDAI zurückbekomme und der SDAI ist auch ein ganz normaler Token, den ich jetzt in andere DeFi-Protokolle investieren kann, um dort noch mehr Rendite rauszuholen. Wenn man die Rendite jetzt noch weiter steigern möchte, dann bietet sich hier Aave an zum Beispiel, denn Aave akzeptiert den SDAI als Einlage. Die Einlage alleine bringt es hier aktuell eigentlich gar nicht 0 Prozent Zinsen. Allerdings kann man den SDAI als Collateral verwenden, um sich zum Beispiel den Stablecoin Go zu minden. Aktuell kostet das 1,51 Prozent an Zinsen, die man bezahlen muss, aber den Go kann man ja dann wieder umwandeln in DAI und die DAI dann wiederum im Spark-Protokoll einlegen für 5 Prozent und auf die Weise kann man seine Einlage mehrfach loopen, nennt man das. Und durch dieses Looping der Einlage müsste man eigentlich 7 bis 8 Prozent Rendite erreichen können. Dabei ist die Einlage meiner Meinung nach zumindest ziemlich safe, denn auf der einen Seite hat man es mit einem Smart-Contract zu tun, nämlich vom Spark-Protokoll, der sehr erprobt ist und auch sehr simpel. Es ist aus meiner Sicht sehr unwahrscheinlich, dass der gehackt wird. Auf der anderen Seite hat man es mit Aave zu tun. Aave ist ja nun auch ziemlich etabliert und erprobt. Ein gewisses Risiko stellt hier der Go-Stablecoin dar, denn der Go-Stablecoin ist recht neu. Es besteht die Gefahr, dass er deepackt und das ist auch tatsächlich schon passiert. Man sieht es hier, dass der Go zurzeit bei 97 Cent liegt und das heißt, er ist um drei Prozent gesunken. Wenn ich mir jetzt den Go ausleihe und der Go geht dann zurück auf die Dollar-Parität, dann mache ich im Grunde automatisch drei Prozent Verlust und diese drei Prozent, die muss ich zu den Zinsen addieren. Also drei Prozent plus 1,51 Prozent sind 4,51 Prozent, die ich quasi dann theoretisch auf den Go bezahle und die fünf Prozent, die ich auf der anderen Seite dann für Spark bekomme. Das rechnet sich nicht wirklich. Da ist es eigentlich schon fast sinnvoller, sich hier zum Beispiel den USDT oder auch einen anderen Stablecoin wie zum Beispiel den Frax auszuleihen, der bei 3,59 Prozent dann wesentlich günstiger ist. Das Looping bringt es aber zurzeit meiner Meinung nach eigentlich eher nicht. Eine weitere Möglichkeit, die Rendite zu steigern, besteht in diesem Estai-Pool hier. Der Estai-Pool, den findet ihr bei Panel Finance, Link unten in der Videobeschreibung, und zwar auf der Ethereum Blockchain. Das ist wichtig, auf Arbitrum gibt es den nicht. Und zwar ist dieser Estai-Pool, bietet der die Möglichkeit, hier immerhin 11,16 Prozent Rendite zu bekommen. Hier oben steht 20,34 Prozent. Die ist aber geboostet. Dafür muss man schon eine ganze Menge Pendel Tokens hier staken. Ist natürlich nicht jedermanns Sache, ist auch jetzt nicht Thema dieses Videos. Genau wie auch wie Pendel funktioniert und so, ist auch jetzt nicht Thema dieses Videos. Dazu möchte ich ganz gerne mal irgendwann ein eigenes Video machen. Jedenfalls dieser Estai-Pool hier bei Pendel Finance bringt zurzeit 11,16 Prozent Rendite. Und man kann hier auch, wenn man diesen Reiter hier ausklappt, sich anschauen, wie diese Rendite zur Verfügung, wie die zustande kommt. Und zwar einerseits aus der Estai, der normalen Estai-Rendite, die hier mit 3,568 Prozent angegeben ist, aber hier eben auf 5 Prozent steht. Dann hat man hier aus dem Pool selber nochmal 1,026 Prozent Trading Fees. Und dann bekommt man nochmal in Form von Pendel Tokens 6,5 Prozent zurzeit, die also quasi hier mit ausgeschüttet werden. So kommt man dann auf insgesamt 11,16 Prozent APY im Jahr. Was passiert eigentlich, wenn jetzt die 5 Prozent wieder runter gehen auf 3,8 Prozent? Das ist immerhin vorprogrammiert, mehr oder weniger, denn man sieht es hier an dieser Statistik auf MakerBurn. Die findet ihr, wenn ihr hier auf DSR klickt, dann sieht man also, dass hier die Utilization bei 26,9 Prozent liegt. Das heißt also, 26,9 Prozent von allen Estai sind drin in diesem Estai, in diesem sogenannten DSR. Das ist eigentlich ein anderes Wort für Estai. Und das heißt, wenn das Ganze hier auf 1,8 Milliarden Einlage steigt, dann wären wir hier bei 30 Prozent Utilization. Und in dem Moment geht das runter auf 3,81 Prozent. Das ist super realistisch, dass das jetzt bald passiert, weil man sieht hier letzte Woche sind immerhin 210 Millionen Dollar hier eingeflossen in dieses, in den Estai. Und wir sind also quasi zwei bis drei Wochen davon entfernt, dass diese Rate hier sinkt. Und was macht man dann eigentlich? Und da ist im Prinzip natürlich die erste Idee, warum nicht eigentlich direkt US-Staatsanleihen kaufen? Und das kann man auch, wenn man US-Bürger ist, super easy, über eine Webseite treasurydirect.gov. Da muss man sich anmelden mit seiner Sozialversicherungsnummer. Und dann kann man tatsächlich also direkt von der FED Staatsanleihen kaufen, T-Bills kaufen, die 5,25 Prozent Rendite bringen. Und dann braucht man das alles hier letztendlich gar nicht zu machen. Aber alle anderen, die eben keine US-Staatsbürger sind, die kommen gar nicht so einfach an Staatsanleihen ran. Wir zum Beispiel in Europa haben dann die Chance, einen ETF zum Beispiel von BlackRock, den einen iShares-ETF zu kaufen, der quasi kurz laufende US-Staatsanleihen, T-Bills enthält. Und der bringt zurzeit eigentlich nur vier Prozent um den Dreh. Und alle anderen Sachen, die man so machen kann in Deutschland, die bringen es eigentlich überhaupt nicht. Insbesondere gibt es auch überhaupt kein Produkt, das vergleichbar wäre im Euro-Raum. Also man könnte jetzt deutsche Staatsanleihen kaufen, die bringen aber also deutlich unter zwei Prozent Rendite. Und man kommt also eigentlich gar nicht ran. Und so geht es im Prinzip der restlichen Welt auch. Also nur US-Staatsbürger können direkt Staatsanleihen kaufen. Alle anderen müssen über irgendwelche anderen Produkte an die Sache rangehen und verlieren dabei dann auch ein paar Prozent Rendite, weil natürlich diese ETFs in irgendeiner Form erstmal gemanagt werden müssen. Das kostet Geld. Auf der anderen Seite enthalten die ETFs aber auch ältere Staatsanleihen, die jetzt noch auslaufen, für die neue gekauft werden. Und auf die älteren Staatsanleihen gibt es eben auch weniger Rendite. Sodass, wenn man also quasi direkte Exposure zu US-Staatsanleihen haben will, dann gibt es eben hier im Kryptospace die Möglichkeit, das über Maker zu machen. Und es gibt tatsächlich auch Alternativen dazu. Mehrere sogar. Unter anderem gibt es hier Ondo Finance. Und bei Ondo Finance kann man also einen USDY-Stablecoin kaufen, der fünf Prozent Rendite bringt. Allerdings muss man sich hier richtig anmelden und man muss also quasi einen Know-Your-Customer-Prozess durchlaufen, was jetzt nicht jedermanns Sache ist. Im Übrigen ganz witzig oder ganz paradox eigentlich. Hier sind alle Leute zugelassen, die nicht aus den USA kommen. Das heißt also US-Bürger sind hier von den US-Staatsanleihen, die man hier im Grunde kaufen kann. Komplett ausgeschlossen. Es gibt noch ein paar andere Protokolle, die in dieser Hinsicht agieren. Aber die allermeisten sind fast gar nicht zugänglich für normale Anleger. In der Regel gibt es eine Mindesteinlage von 100.000 Dollar oder man muss in irgendeiner Form ein akkreditierter Investor sein. Das heißt, man braucht ein Gesamtvermögen von mindestens einer Million US-Dollar, um überhaupt teilnehmen zu können. Sodass also MakerDAO hier tatsächlich ein absolutes Alleinstellungsmerkmal hat und dann eben leider nur 3,81 Prozent bietet, die man aber dann über die verschiedenen Möglichkeiten boosten kann. Eine sehr spannende Entwicklung in dieser Hinsicht ist auch das, was zurzeit bei Frax passiert. Und zwar gibt es bei Frax, Frax ist ja auch ein Stablecoin, genau wie der DAI, auch ein sehr alter Stablecoin, gibt es zurzeit Bemühungen quasi den S-FRAX rauszubringen. Der S-FRAX ist irgendwo ein direktes Konkurrenzprodukt zum S-DAI. Er macht genau dasselbe. Nämlich er bietet im Grunde Rendite, die aus US-Staatsanleihen kommt. Also man legt hier Frax ein, die Frax werden in Staatsanleihen investiert und die Rendite wird ausgeschüttet an diejenigen, die hier also eine Einlage gemacht haben. Und der S-FRAX geht formal gesehen ein bisschen anders vor als der S-DAI. Müsst ihr euch selber mal ein bisschen schlau machen und bietet dadurch die Möglichkeit, also doch ein bisschen höhere Rendite zu bieten als der S-DAI selber. Angestrebt wird quasi, dass man die Rendite anlehnt an den IORB. Das ist Interest on Reserve Balances, also Einlagen direkt bei der FED. Und die bringen zur Zeit 5,4 Prozent. Man will also so im Bereich von 5 Prozent landen. Und ich bin überzeugt, dass der S-FRAX sich in gewisser Weise genauso etablieren wird wie der S-DAI. Das heißt, er wird sicherlich auch von Aave und anderen DeFi-Protokollen unterstützt, sodass man also auf jeden Fall eine Alternative hat, die, wenn MakerDAO auf 3,81 Prozent runtergeht, hier dann eben demnächst 5 Prozent bieten wird. Man muss dazu sagen, S-FRAX ist zurzeit nur ein Proposal. Es ist nicht wirklich so, dass dieses Produkt schon existiert. Es wird also auch eine ganze Weile dauern, bis S-FRAX auf den Markt kommt. Und ich frage mich hier jetzt, was passiert eigentlich, wenn S-FRAX jetzt mit einem direkten Konkurrenzprodukt auf den Markt kommt, das mehr Rendite bietet als der S-DAI, ist dann eventuell MakerDAO in gewisser Weise in Zugzwang. Weil wenn MakerDAO eben 3,5 Prozent Rendite bietet und S-FRAX eben 5 Prozent Rendite bietet, dann würde man ja wahrscheinlich die gesamte Liquidität von MakerDAO wieder abziehen und dann würde die Liquidität nach FRAX ins S-FRAX wandern, sodass also MakerDAO vielleicht unter Zugzwang steht und die Rendite wieder erhöhen muss, vielleicht wieder auf 5 Prozent, falls es denn irgendwie möglich ist, sodass also eine Chance besteht, dass die Zinsen bei S-DAI nicht dauerhaft bei 3,5 Prozent bleiben, sondern wieder steigen auf 5 Prozent oder höher. Und das kann man nutzen, indem man zum Beispiel bei Pendel Finance auf steigende Zinsen im S-DAI Pool setzt. Die Möglichkeit bietet sich hier zurzeit, nämlich die Implied APY liegt bei 3,5 Prozent. Das heißt, der Markt hier bei Pendel Finance geht davon aus, dass die Rendite bei S-DAI bei 3,5 Prozent bleiben wird dauerhaft. Zurzeit liegt sie ja bei 5 Prozent, aber der Markt sagt, dauerhaft werden das nur 3,5 Prozent sein. Und damit hat der Markt ja irgendwie auch total recht, weil es ist absehbar, dass früher oder später die Rendite bei S-DAI runtergehen wird. Aber wenn jetzt S-FRAX in zwei, drei Monaten rauskommt und 5 Prozent bietet, kann also quasi die Rendite bei MakerDAO hochgehen auf 5 Prozent. Das würde bedeuten, dass die Implied APY auch hochgehen wird auf zum Beispiel 4, 5 oder was weiß ich wie viel Prozent. Und wenn das passiert, dann kann man das nutzen, indem man hier die YT-Tokens einkauft zum jetzigen Kurs. 3,5 Prozent würde, wenn das Ganze dann steigt auf 5 Prozent, dann hätte man immerhin so 30 Prozent Rendite gemacht innerhalb von zwei, drei Monaten. Und das wäre quasi eine Wette darauf, dass MakerDAO die 3,5 Prozent irgendwann erhöhen muss, weil es sonst seine Vorreiterrolle verlieren wird. So ganz sicher ist die Einlage in S-DAI natürlich auch nicht. Und das wird einem klar, wenn man sich hier bei MakerBurn mal die Collateral List anschaut. Die Collateral List, das ist im Prinzip eine Liste, die Auskunft darüber gibt, wo die Einlagen eigentlich liegen, mit denen der DAI besichert ist. Und hier sieht man also quasi an erster Stelle monetaris Clydesdale und dann hier so ein ganzer bunter Strauß an Anlagen. Und man kann hier im Prinzip filtern. Und dieser Bereich Real World Assets, das sind also quasi Renditen, die aus Einlagen außerhalb der Blockchains, die also Off-Chain erzielt werden. Und die zwei einzigen, die wirklich auf US-Staatsanleihen basieren, das sind diese zwei ersten hier, Monetaris Clydesdale und Blocktower Andromeda, das sind im Grunde Asset-Manager dritte. Also das ist eine dritte Partei, die für MakerDAO Einlagen in US-Staatsanleihen macht und dann entsprechend hier 4 Prozent und 4,5 Prozent Rendite ausschütten. Das ergibt dann insgesamt im Jahr immerhin 74 Millionen Dollar, während alle anderen nicht auf US-Staatsanleihen basieren, sondern auf anderen Anlagemöglichkeiten, die aber auch relativ hoch geratet sind und ein sehr geringes Ausfallrisiko bergen. So insgesamt erwirtschaftet MakerDAO hier immerhin 95 Millionen Dollar im Jahr aus Real World Assets, also Off-Chain und On-Chain. Er erzielt MakerDAO immerhin 66 Millionen US-Dollar an Gegenwert, die auch also ausgeschüttet werden können mit geringeren Renditen, wie man hier sieht, zum Beispiel 3,3, 3,5 und manchmal auch höheren Renditen aus gestaken Ether und gestaken Bitcoin und ähnlichen Assets. Und diese, das ergibt dann insgesamt, hier sind noch ein paar, die weder in die eine noch in die andere Kategorie gehören, ergibt das dann insgesamt 170 Millionen Dollar an Einnahmen, die MakerDAO macht. Und diese 170 Millionen Dollar Einnahmen pro Jahr, die werden ausgeschüttet zum einen in das DSR, also in SDAI, in die Rendite von SDAI und auf der anderen Seite in das Buyback-Programm der Maker-Tokens, wie ich ja am Anfang erzählt habe. Wichtig ist jetzt aber zu verstehen, dass MakerDAO quasi die Rendite erzielt, indem sie die Einlagen, die den DAI besichern, an eine dritte Partei abgeben, nämlich an Monetaris Clydesdale und an Blocktower Andromeda, zumindest zu einem großen Teil, und die dann im Auftrag von MakerDAO die Einlage machen und dann eben da die Rendite erzielen. Und Monetaris Clydesdale und Blocktower Andromeda sind verschiedene Asset-Manager, die also genau sich darauf spezialisiert haben, Krypto-Asset-Manager. Und die Struktur dieses Deals ist in gewisser Weise riskant, denn man muss sich einfach mal überlegen, wir haben hier einen DAO. Ein DAO hat eigentlich noch gar keine rechtliche Stellung in den USA. Ich glaube, ein DAO hat noch gar keine rechtliche Stellung überall auf der Welt, in Europa, in der Regulierung, Mika-Regulierung, die jetzt demnächst, also im zweiten Teil der Mika-Regulierung, wird eventuell etwas dazu stehen, welchen rechtlichen Stellenwert ein DAO hat. Aber im Moment hat der DAO eigentlich überhaupt keine rechtliche Position, ist keine Rechtsperson und kann auch nicht direkt mit einem Asset-Manager einen Vertrag machen. Dafür hat man irgendein wildes Konstrukt gebaut mit irgendwelchen Treuhändern und einer Stiftung und ähnlichen Dingen, über die dann das Geld letztendlich zum Monetaris Clydesdale fließt. Aber man hat da irgendwo, ich glaube, ein Ausfallrisiko besteht eigentlich nicht, weil das sind renommierte Asset-Manager. Ist eher unwahrscheinlich aus meiner Sicht, aber die rechtliche Struktur dahinter ist durchaus mit einem Fragezeichen zu versehen, weil das ist eigentlich regulatorisch komplettes Neuland und es ist eigentlich auch nur eine Frage der Zeit, bis da mal einer hinschaut. Ich glaube, dass da auch kein Ausfallrisiko besteht, wenn jetzt quasi die SEC das Ganze untersagt. Wahrscheinlich werden die Assets dann rückabgewickelt, landen wieder beim Mika-DAO. Aber die Rendite würde ja dann in gewisser Weise flöten gehen. Frax Finance ist in diesem Punkt schon einen großen Schritt weiter als Mika-DAO. Frax Finance hat eine eigene Firma gegründet, die in den USA ansässig ist und diese Firma hat quasi einen direkten Bezug, wird direkt kontrolliert vom DAO, sodass also dieser regulatorische Part, Vertrag eines DAOs mit einem dritten wegfällt. Frax Finance kontrolliert diese Firma direkt und kann also auf diese Weise deutlich mehr Stabilität bringen. Allerdings muss man bei S-Frax dann wieder sagen, S-Frax gibt es noch gar nicht, kommt erst in zwei, drei Monaten raus. Es ist die Frage, ob das überhaupt kommen wird. Es muss ja immerhin hier auch gevotet werden und Frax Finance wird aber ein anderes Produkt demnächst auf den Markt bringen. Das sind die Frax Bonds und die Frax Bonds, die basieren auch auf US-Staatsanleihen, sollen auch die Rendite auf US-Staatsanleihen on-shine bringen, aber funktionieren nach einem ganz anderen Prinzip. Auch das ist noch einige Monate entfernt, sodass MakerDAO hier eine Chance hat, über die nächsten Monate durchaus die Vorreiterrolle zu spielen. Ich bin mir aber nicht sicher, was passiert, wenn Frax Finance hier nachzieht. Ich finde, dass MakerDAO hier mit dem S-DAI auf einem richtig guten Weg ist. Das Experiment von MakerDAO besteht letztendlich darin, dass Rendite, die Off-Chain erzeugt wird, On-Chain auf die Blockchain gebracht wird, also im Grunde allen zugutekommt, die im Kryptospace sind. Aktuell haben wir eher Kapitalabflüsse, alle verlieren. Wenn man Rendite in Krypto erzielt, dann ist es meistens der Verlust von anderen Kryptoteilnehmern und es ist also insgesamt ein Nullsummenspiel. Im Gegenteil sogar, es ist nicht mal ein Nullsummenspiel, sondern ein Negativsummenspiel, weil ja Kapital abfließt und wir alle verlieren. Durch solche Ideen, durch solche Projekte könnte eventuell meiner Meinung nach ein neuer Bullenmarkt entstehen. Wer weiß, es ist eine Möglichkeit, vielleicht keine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, aber eine Möglichkeit, insbesondere wenn man sich anschaut, dass das Ganze gerade Schule macht über zum Beispiel S-Frax oder über die Frax-Bonds, die später kommen. Und es gibt ja noch einige andere Projekte, die in dieser Hinsicht, sagen wir mal, wenigstens forschen. Und dass daraus ein Bullenmarkt entstehen kann, das sieht man zum Beispiel daran, dass es MakerDAO schon mal gelungen ist, einen Bullenmarkt zu starten. Ich erinnere mich noch gut, damals 2019, 2020 kam Maker raus mit der Möglichkeit, Ether einzulegen, DAI dafür zu minden. Für die Ether bekam man immerhin 3% Rendite und das war mit eines der allerersten DeFi-Produkte, die es überhaupt gab. Und alles, was danach passiert ist, 2020, 2021, das ist Geschichte und das könnt ihr quasi bei CoinGecko original am Ethereum-Kurs nachlesen. So, das war es jetzt mal mit meinem Video. Ich würde mich über einen Kommentar freuen, zum Beispiel, ob ihr Lust habt, da einzulegen oder ob ihr MakerDAO irgendwie schon innerlich abgeschrieben habt, weil MakerDAO ist ja ein Projekt, das schon uralt ist und das eigentlich, der Kurs kannte bisher nur eine Richtung, nämlich nach unten oder ähnliche Dinge. Ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar. Bis zum nächsten Video. Alles Gute. Tschüss.